hmmm wenn ich hier oben bauen muss ich sagen wir da hoch kommen ist hier irgendwie die 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 Okay. Ok... Irgendwas übersehen oder... Hier bleiben wir stehen. Unsichtbare Wand, versperrt es den Weg. Ok, ich blieb es noch nicht ganz, ich glaube da muss noch eine Feierschein nach außen. Hier muss noch bewegt werden. Ich empfinde mich nicht enttäuscht, er macht oben gar nichts, auch sehr hilfreich. Ein bisschen Hilfe wäre mal gut vielleicht. Ok, hier können wir nichts mehr machen. Können wir hier was machen? Irgendwas, was wir übersehen haben. Da ist ein Feuerbecken an. Da müsste es irgendwie hoch. Waren wir da nicht eben schon? Ich bin verwirrt. Sehr verwirrt. Irgendwie komme ich da oben und auf die andere Seite hin. Wenn ich dann da hin muss. Im Ernst, hab ihn ganz allein geschoben. Ein Karren, so groß wie eine Kuh. Hör auf zu lachen, das ist kein Scherz. Siehst du, sag dir einfach, dass wir hier etwas haben und dass wir Leute wie dich brauchen, um es zu verteidigen. Ich denk drüber nach. Ich bin fertig. Stimmt was nicht? Unmöglich. Das ist unmöglich. Viel zu viele. Arthur! Amicia! Lauf! Kommt rein! Wie konnte der Graben überlaufen? Das ist noch nie passiert. Scheiße! Scheiße! Ich hab noch nie so viele gesehen. Die Leiter im roten Bereich. Wenn wir sie erreichen, kommen wir zum Turm. Benutz dein Feuerbecken. Ich warne dir auf meiner Seite einen Weg. Na toll. Ich war klar, dass das jetzt wieder schwierig wird. Das Feuer wird nicht mehr sein. Na, sie kommen rüber! Was tun sie denn? Sie formieren sich neu. Sie wollen die Feuer löschen. Scheiße. Alicia, ich hab kein Indiever mehr. Einige Scheiße. Ich kann nichts mehr tun. Ich kann nichts mehr tun. Ich schaffe das. Es ist nicht das erste Mal. Deswegen darf auch hier so viel Zeug rum. Ich dachte es mir schon. Nein, nein, schnell! Ach du Scheiße. Ich muss zu dir auf den Ball. Äh, wo muss ich wohl gar nicht hin? Wo ist das für ein Becken? Wo ist das für ein Tor? Und das ist es für ein gutes Feuerzimmer. Geh weg! Ich fange nicht so open. Komm schon. Du hast es so schlimmersüberstanden. Allerdings. Hältet durch ist gut. Wir sind entkündigend Feuer weg. Geh in Deckung! Ler, ich bring dich zur Leife. Komm schon, du hast schon schlimmer verstanden. Geh in Deckung! Ich bewege das andere zu dir! Aidee! Amicia! Nach der Handwerbe! Oh, Bia! Ah, hier, hier! Oh! Fuck! Die habe ich nicht kommen sehen. Die habe ich nicht kommen sehen. Beeil dich! Amicia! Nach der Handwerbe! Meine Sorge, ich muss nicht erwachen! Ich habe kein Links mehr. Hier hoch. Endlich! Herr im Himmel! Ich dachte schon, das war's. Alles in Ordnung? Ja! Danke! Jetzt liegt es an dir! Das Feuerbecken auf deiner Seite! Ich bringe dich hin! Die hat gerade schlecht. Wie kommst du voran? Gut. Lieber hier oben, als da unten. Das geht hier vor, Amicia. Sie haben schon mal versucht, da reinzukommen, aber nicht so! Wie kann das sein? Woher soll ich das wissen? Aber es ist fast, als würden sie... angreifen! Na hör mal! Das sind Rand! Keine Ekländer! Danke! Aber sie wissen, was sie tun! Das habe ich erst einmal gesehen! Zuhause! Hauptgeglatze! Ich glaube ich brauche deine Hilfe! Scheiße! Wir hätten es doch abhauen sollen! Na komm! Äh ja! Du brauchst meine Hilfe! Äh ja! Noch mehr! Sie haben es wirklich auf mich angesehen! Ich glaub's nicht! Was passiert hier? Warum jetzt? Und hoch da! Ich bin da! Wir haben es fast geschafft! Los! Ich bin da! Wir haben es fast geschafft! Du verdienst deinen Ort! Das ist in Ordnung! Dann gehen wir rein zu den anderen! Ich hoffe ihnen geht's gut! Wenn die Ratten reingekommen sind! Amicia! Sie sind keine Kinder! Sie können damit umgehen! Ich will kein Risiko mehr eingehen! Ich werde nicht noch jemanden verlieren! Ehrlich gesagt wäre ich jetzt liebend gern so weich wie möglich weg von hier! Ich bin leider kein Zauberer! So renn hier! Geht es euch gut? Nein! Was zum Jifeln ist los? Arthur! Wurdest du gebissen? Nein! Wir müssen hier weg! Die Burg kann sie abwehren! Lukas! Es waren noch nie so viele! Das ist kein gewöhnlicher Angriff! Was zur Hölle ist das denn? Junge Shit! Hier lang! Schnell! Die Inquisition ist hier! Ach du Schande! Geh! Tu was getan werden muss! Nein! Hugo! 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 Nein! Hugo! Wieso tut er was er tut? Hugo! Hugo! Das war Hugo! Was machst du an der Tür? Sie geht sich nah! Was haben sie mit ihm gemacht? Aus dem Weg! Die Ratten! Er hat... Er kann sie kontrollieren! Ja! Mit der Makulat! Bitte schön! Wo kommt man da hin? Keine Panik! Das Chateau wurde für solche Situationen gebaut! Sie haben ihn auf die fünsterseite der Macht gebracht! Ich muss mit Hugo reden! Ich kann! Du bist abhauen! Amicia! Er hat recht! Geht durch! Nein! Nein! Entgegner Hugo! Oh dear! Ich hab die Arbeit! Ugo! 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 Ich bin... Amicia! Deine Schwester! Töte sie, Kind! Dann behält Vitanis dich vielleicht an seiner Seite! Ugo! Nein! Nun komm, Junge! Sie bedeutet hier nichts mehr! Bier! Ich habe überall nach dir gesucht! Ich kann nichts... Wartest du? Überquere die verdammte Schwelle, Träger! Ich fahr nicht auf ihn, Ugo! Verdammt! Wie? Wie soll ich hier ausweichen? Töte sie, Kind! Dann behält Vitanis dich vielleicht an seiner Seite! Hier von Nikolas! Im Schritttempo! Ugo! Oh nein! Nun komm, Junge! Sie bedeutet dir nichts mehr! Ich habe überall nach dir gesucht! Wie und wohin? Überquere die verdammte Schwelle, Träger! Hör nicht auf ihn, Ugo! Wohin soll ich fliehen? Mir ist scheinbar nichts! Äh... Hä? Töte sie, Kind! Dann behält die Talis die Flight an seiner Seite! Ich geh jetzt zurück, um von Nikolas zu fliehen! Ich habe überall nach dir gesucht! Wenn es nach links dann nicht geht! Wir verqueren die verdammte Schwelle, Träger! Hör nicht auf ihn, Ugo! Läuft sie doch immer gleich! Genug! Ich verwirrte sie an deinem! Oh! Und wie sollen wir da dran vorbei? Da ist ein Feuerbecken! Es räumt er noch aus dem Weg und dann steht er uns im Weg! Oh wie? Dann behält die Talis dich vielleicht an seiner Seite! Oh nein! Ich geh zurück und von... Bedeutet dir nichts mehr! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich habe überall nach dir gesucht! Worauf wartest du? Überquere die verdammte Schwelle, Träger! Aber wie... Wie zum... Wie zum Fick! Jetzt... Hier lang, oder? Fass ihn nicht an, Mistkerl! Mistkerl! Er kam freiwillig zu uns, weil du ihn verraten hast! Dank ihm wird Vitalis bald der einzige Träger, der Makula sein! Was? Nein! Ugo ist der einzige Träger! War der einzige Träger! Sein Blut fließt nun in den Arten des Großinquisitors! Das war ja mühselig! Mühselig! Wir haben den Bastard! Amicia! Wir haben den Bastard! Amicia! Ich muss meinen Bruder umbringen! Ich kümmere mich um ihn! Ugo? Nein! Nein! Das wird nix! Er kann dir nichts mehr antun, Ugo! Guck mal! Schon gut! Ich bleibe stehen! Du kannst herkommen! Du kannst herkommen! Du hast gelogen! Nein! Nein! Ich! Ugo! Ich wollte dich beschützen! Ich! Bitte! Du hast gelogen! Du hast gelogen! Nein! Das ist nicht wahr! Die Schwelle! Du hast es geschafft! Nein! Ach du Scheiße! Geh sicher, dass er tot ist! Für euch habe ich keine Verwendung hier! Äh! Töte Nikolas! Na toll! Ähm! Niko! Er darf uns nicht sehen! Das seid ihr! Wir müssen! Wir müssen hier weg, Amicia! Mein Entklinge! Sie sind hier! Wir haben Angst vom Feuer! Du kannst nicht ewig davon aus! So werde ich ihn wahrscheinlich nicht besiegen! Na wie soll ich ihn töten? Endlich! Niko! Er darf uns nicht sehen! Wir müssen! Wir müssen hier weg, Amicia! Meine Klinge ist noch warm! Wir beiden! Sie sind hier! Aber wir haben Angst vom Feuer! Dann löschen wir sie! Wir brauchen die Ratten! Okay! Feuer löschen! Also! Bleibt hier! Sie müssen doch hier irgendwo sein! Ihr seid jung! Ich werde euch schnell töten! Diese Gnade gewähre ich nicht viel! Diese Gnade gewähre ich nicht viel! Ich habe alle Zeit der Welt! Früher oder später werdet ihr erfrieren! Wen haben wir denn da? Niemandem! Oh nein! Das seid ihr ja! Nicht! 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 Es wird final! Ich kann sie pochen hören! Klappt ja sehr gut! Ein guter Pflege ist noch warm! Wie ihr bald herausfinden werdet! Moment! Die Ratten! Sie geräuschen sie oder? Hier müssen doch welche in der Nähe sein! Sie sind hier im Feuer und haben Angst vor dem Feuer! Dann löschen wir sie! Wir brauchen die Ratten! Alles gut. Wo ist er? Oh scheiße. Wo treibt ihr euch rum? Meine Geduld auf die Probe zu stellen ist keine Gute. Wen haben wir denn da? Oh oh. Jetzt kriegen wir die Feuer niemals gelöscht. Sie müssen doch hier irgendwo sein. Euer Vater hat sich nicht versteckt. Er hat mir die Augen gesehen. Endlich. Fast. Fast. Oh nein, weg hier. Oh, scheiße. Sackgasse. Verdammt! Das ist der eine Treffer. Holy Shit. Das eine Feuerchen hier noch, dann wären wir es. Ich habe alle Zeit der Welt. Früher und mehr. Das sei jeder. Sie sind nicht da. Wir müssen hier weg, Amicia. Meine Klinge ist noch warm, wie ihr bald herausfinden werdet. Moment. Die Ratten. Sie bräuchten die, oder? Hier müssen doch welche in der Nähe sein. Sie sind hier, aber haben Angst vor dem Feuer. Dann löschen wir sie. Die Ratten. Sie sind hier. Sie sind hier. Es geht nicht. Sie sind hier. Sie ist hier. Ich bin hier. Sie sind hier. Ich bin hier. Warum? letzte lichtlein als ob wie wenn du die kontrolle beeinflusst wird im tabunato gedrückt ok nein 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 es musych noch eine möglichkeit geben cracken Au, scheiße. Au, scheiße.